999 Milliarden. 999 Millionen. 999 Tausend. 999. Eine Billion. Wuhuuu! Keine Sorge. Wir werden nicht wirklich in diesem Video von 1 bis zur 1 Billion zählen. Das müssen wir gar nicht. Im letzten Video in dieser Serie habe ich erklärt, dass die Zahlen auf Deutsch bestimmten Regeln folgen. Wenn man diese Regeln kennt, kann man alle Zahlen im Deutschen formulieren. Mit den Regeln im letzten Video kann man die Zahlen von 1 bis zu 1000. Eigentlich habe ich nur die Zahlen von 1 bis zu 100 beigebracht, aber danach sagt man einfach 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 und so weiter. Man kann auch 1200, 1300, 1400 und so weiter sagen, aber offiziell muss es 1000 sein. Dann stellt man die Zahlen zusammen. Sei vorsichtig, man schreibt sie immer noch zusammen. Zum Beispiel 1.531 5.056 24.897 145.304 Jetzt kannst du bis 999.999 zählen. Danach ist es genau wie im Englischen Million. Jetzt schreibt man die Zahlen als zwei oder drei Zahlen nebeneinander. Zum Beispiel 1.200.426 Die größeren Zahlen folgen denselben Regeln wie mit den kleineren Zahlen. Dann kann man bis zu 999.999.999 zählen. Nach Million kommt Milliarde und dann Billion. Das ist ein bisschen verwirrend für Englisch-Sprecher, denn Milliarde auf Englisch ist Billion und Billion ist Trillion. Jetzt kommen mehr Beispiele. Eins Zehn Einhundert Hundert Ein Tausend Tausend Eine Million Eine Milliarde Eine Billion Drei 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 3 Billionen 333 Milliarden 333 Millionen 333 Tausend 333 Sechs 96 6 Billionen 6 Billionen 969 Milliarden 696 Millionen 969 Tausend 696 Und jetzt seid ihr dran. Schreibt die folgenden Zahlen in die Kommentare. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Musik